Wir vom Gymnasium Knittelfeld machen Kekse daheim, selber gemacht, erzhaft. Das finde ich zum sehr guten Preis. Das Beste an die Kekse vom Gymnasium Knittelfeld ist einfach die unglaubliche Sortenvielfalt. Da ist alles dabei. Ein bisschen was mit Grasur, ein bisschen mit Mamelade, die liebt es. Das ist herrlich. Mit Mamelade, da kann man nicht mehr so. Man schmeckt in Liebe. Die Romkuhl schmeckt man am meisten. Einfach weil die Schüler die Kekse selbst mit sehr viel Herzzubereiten kommen.